So, kleines technisches Problem, es geht weiter. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, kolossal. Halt, wir haben verkehrt. Oh. 26 Trillionen und es ist Feierabend. Er braucht 26 Trillionen, wir haben... Okay. Kolossal. 1, 2, 3, 4. Okay. Wo war der gerade nicht? So, die braucht 100 Millionen. Und wir haben noch... 105 Trillionen braucht es, so 132 Schaben hier. Wir bräuchten 100... Ne, 400. Oh, oh. Da müssen wir noch auf jeden Fall... ...EMC-Core einstellen ohne Ende. So, da kapseln wir mal das hier hinten ab. Dass uns die Seeds gesammelt werden. Wobei... 16 Stück anstellen, wo er ist. Wir bauen uns einfach mal noch... ...die ganze Anlage mal 3. Und der gute TK muss online kommen und den Block hier force-loaden. Und sonst geht das in die Hose. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, wie hat man gesagt, 16. Ach, zu viel. So, da kommt der mal hier weg. Der kommt hier weg. Die bauen wir hier vorne hin. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Das war alles vollgebaut, aber... ...es war nicht der Plan, dass es so lange dauert. So... ...Töneybots... ...60 Stück sind da. Dann brauchen wir nur noch Insenium Erde. 16 Stück. Da haben wir zum Glück genügend auf Lager. Oder vom Insenium selber. 16. Das und... Erde. Hop, hop, hop. 12, 18, schon reicht das. So, weiter geht's. Äh. Winterwelte. Ach so. Ja, gut, okay. Reicht erst mal. So, hop. Obwohl, was haben wir eigentlich die... ...die Fertilizer? Funktioniert nicht. Gut, okay. Wäre zu schön gewesen. So, Leute, kommen die Wiederverwertung. So, das wäre das. Jetzt wäre der Test doch interessant. Wacht mal, wenn man die verbindet. Und sieht das aus, der Controller. Controller, haben wir sogar noch genügend auf Lager. Dann müssen wir den ganzen Zeug mal woanders hinbauen. Dass es besser geht. So, wo haben wir denn noch geforceloaded? Hier hinten beim... ...bei der Becken. Das. Nirgends war da... ...das ist das. Ach, da kommt der Platz hier weg. So, bloß in die Spielerei mal. Rott. Da bauen wir das hier, das hier. Machen wir mal neu auf. Einmal, zweimal, das noch weg. So, dann bauen wir das mal auf. Äh, Kondoro. Trim. Ja, da kommen wir in eine Runde. Dann bauen wir den EMC-Link hier hin. Hier lassen wir frei. So, das ist das. Äh, das stimmen, brauchen wir nicht. Wollen wir jetzt das? Und... Dann... So, schöne Runde. So, wir haben jetzt noch drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann können wir noch zwei der Runde aufbauen. Trim. Machen wir alles aus Birke. Ach, da waren noch zwei. Na ja, gut. So, das, 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 das. So, und die Rastlichen machen wir dann hierher. Okay, da fehlt ein Dror. So, haben wir hier eigentlich irgendwo Kabel liegen, hier oben drüber. So, da könnte man das direkt mit Import-Export machen. Das wäre vielleicht sicherer. Ja, hier oben, das war's auf jeden Fall drüber, jetzt müssen wir hier ein Kabel haben. So, dann machen wir... Botany-Bots. Wir haben noch zwei Stück auf Lager. Eins, zwei. Dann machen wir noch zwei. Und hier noch zwei, vier, sechs, also noch acht Stück. Botany. Oh, es fehlt zwei Keramik. Das ist Tonbrennen. Ton, wo ist Tonbrennen? So, da ist gleich genug da. Ach, da ist einfach mal ein Halben-Stick hier. So. Es sind, es sind, es sind, es sind überall drin. Wir brauchen drei. Jetzt haben wir Pirke. Einer fehlt noch. So, das, 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 das. Die Trim noch hierher. So, ein Mal, zwei Mal, zwei Mal, ja. Ja, wieso machst du das mit Rohren? Mit Rohren hab ich das ja viel besser hingekriegt drüben. Wir müssten einen großen Tor hin machen Und die Rohre pumpen alles da rein Schon wieder neue Idee So Könnte man hier alles dran machen Das, das und die Sitz hier oben verarbeiten Ach ja, jetzt ist schon wieder die nächste Idee da Damit man das größer, umfangreicher installieren kann Eins, zwei Ups So, das sind acht Zehn Sensen Zehn Sitz besser gesagt Zum Beispiel nochmal die Sitz nur holen Äh, Sitz Der aber gut Erde Farmblend Das brauchen wir, zehn Stück Äh, Erde Nachdem, die Sitz nochmal So, dann haben wir das Oh, kacke Zwei sieht's nachher Bei den letzten zwei in der Reihe Das kann weg, das kann weg, die Szenzen brauchen wir Das kann erstmal weg So, alle verschließen So, das Einzige, was wir eigentlich hier noch sammeln Sind die Sitz drin Die Sitz und die Essenzen Wenn wir jetzt Rohr legen würden Könnte man die wie drüben auf der anderen Seite rausziehen Packt das in separaten Trauer rein Oh, so sieht's schöner aus Naja, muss ja nicht sein So, und jetzt 1700 Euro Sind's So Ein Pipe Halt Item behaltung Glack So Ja, funktioniert So Jetzt kann das Ding Rocken Alles was gefertigt wird Wird jetzt hier reingepackt Und Die Maschinerie läuft Das sind jetzt 5 10 16 32 Das ist Ver 3 Ne, für 4 Fahrungen Dem, was wir hatten Dreimal so viel Extra noch drauf Das sollte jetzt etwas schneller gehen Oh, da stellen wir das unter hier her Da haben wir dann alles beisammen Oh, der kommt hier her Kann man es hier rausnehmen Sieht's ein bisschen besser aus EMC-Ecke So Das ist unser kleiner Reaktor Das brauchen wir dann Nicht mehr So Das kann dann ins System Das 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 Sitzen doch noch mal Kleine Die Kostalto Und das Zeug Schon Überfluss bekommen haben Die sitzen wir einfach hier oben hin Und packen die Seeds rein Kleines Zwischenlager noch Und Die Seeds Die Essenzen packen wir hier rein Da gucken wir Dass wir uns noch EMC-Kurs machen können Äh Dunkle Materie Und Ah Anti Pellets Nein Die haben kein EMC Das heißt Wir müssen erstmal Maschinerie stippen Kurz Nochmal auf die Insel Teleporter Mit Strahlung Und zwar Musst er hier rein Der Waste Wenn wir uns wie das Deck Waste Haben wir alles auf Lager Starten wir mal die Kreative Waste Dass wir noch etwas Antimeter herbekommen So das wird hier reingepumpt Das geht hier rein Passt So Ja Dauert es doch noch etwas länger Als gedacht So hier können wir gar nicht produzieren Wie wir eigentlich zur Zeit gerade brauchen Aber Gut Ding will weile Und Wir machen da weiter Gut Ich bedanke mich fürs Zusehen Auf Wiedersehen Ah